Worauf freust du dich? Worauf wartest du gerade? Als Kind habe ich mich immer riesig auf meinen Geburtstag gefreut. Ich habe bereits als Kind meine eigenen Feiern organisiert. Da gibt es zum Teil peinliche Geburtstagsbilder von mir. Ich sitze auf einem Sessel und meine Freunde stehen um mich herum und bei mir liegen alle Geschenke, die ich bekommen habe. Kaum war der Geburtstag vorbei, habe ich mich auf Ostern gefreut. Dann auf die Sommerferien, dann kam Weihnachten. Wir alle leben mit gewissen Erwartungen. Worauf wartest du gerade? Vielleicht sagst du, ich freue mich auf den Sommer und die warmen Tage, die bald kommen. Ich warte auf meinen Führerschein. Ich freue mich auf den Hochzeitstag oder die Geburt unseres ersten Kindes. Der nächste Urlaub steht an. Oder du wartest auf gar nichts. Du schaust in die Zukunft und dir wird mulmig zumute, weil du nur noch schwarz siehst. Der Prophet Zechaja will dir heute Mut machen. Seine Botschaft vor gut 2500 Jahren ist, das Schönste kommt noch. Das ist die Botschaft vom Propheten Zacharias. Er selbst hatte eine harte Aufgabe. Sein Volk war aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Aber nachdem sie das Fundament des Tempels wieder gelegt hatten, wurden sie durch die heidnischen Völker im Wiederaufbau behindert und haben den Bau unterbrochen. Gut 16 Jahre passiert auf der größten Baustelle in Jerusalem gar nichts mehr. Die Menschen beschäftigen sich mit allem Möglichen und mit sich selbst, aber sie ließen Gottes Werk einfach liegen. Sie waren aus Babylon, aus der Gefangenschaft zurückgekommen, um den Tempel wieder aufzubauen. Aber jetzt resignierten sie, weil der Aufbau nicht nach Plan verlief. Ich habe bereits in der letzten Andacht erwähnt, dass Haggai und Zacharias gemeinsam zur gleichen Zeit auftraten und das Volk ermutigten, den Tempel weiter aufzubauen. Während Haggai aber eher die mahnenden und drohenden Predigten hält, ist Zacharias eher der Visionär, der immer positiv nach vorne schaut und die Zukunft sieht. Gott schenkt ihm Träume und Visionen und er sieht die Zukunft kommen und ermutigt durch den Blick in die Zukunft das Volk den Tempel weiter aufzubauen. In Kapitel 8, Vers 4 und 5 lesen wir, Und es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock von hohem Alter. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Stell dir vor, heute würde jemand das über die Ostukraine oder über das Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien so vorhersagen können. Da liegen die Orte in Schutt und Asche und jemand sieht eine blühende Stadt mit Alten in den Cafés und den Kindern auf den Spielplätzen. Und genau das war die Situation von Israel. Niemand sah, was der Prophet von Gott gezeigt bekam. Und dennoch wissen wir heute, dass Gott sein Wort gehalten hat. Israel hat eine blühende Zeit danach erlebt. Gottes Wort ist wahr. Und der Prophet Zacharias versprach dem Volk, das Schönste kommt noch. Macht weiter. Und mitten in seiner Schau in die Zukunft fällt mein Lieblingsvers aus dem Buch Zacharias. Ein Wort, das bei jedem Weihnachtsfest entweder gelesen oder gesungen wird. Wer kennt nicht das Lied Tochter Zion, freue dich. Es ist die Vertonung des Wortes aus Zacharias 9, Vers 9. Da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalems jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Föllen der Eselin. Wer dachte damals daran, dass Zacharias damit die Geburt von Jesus ankündigt? Hat Zacharias geahnt, dass Millionen oder sogar Milliarden von Menschen dieses Gotteswort als Lied singen werden? Dass es nicht nur in Kirchen, sondern in Stadien und in Kaufhäusern gesungen und gespielt wird? Leider wissen viele Menschen heute nicht, was für eine gewaltige Botschaft Zacharias hier weitergibt. Gott ist Mensch geworden. Gott kommt uns besuchen. Aber mit Jesus lädt Gott uns auch zu sich ein. Jesus sagt, ich komme wieder und werde euch zu mir holen. Gott bereitet gerade Wohnungen für uns vor. Das Schönste kommt noch. Dann werden wir sie irgendwann beziehen, wenn wir diese Welt verlassen. Die Sphäre des Himmels ist zurzeit für uns verschlossen. Aber an dem Tag, an dem wir die Augen am Diesseits schließen, machen wir sie im Jenseits auf und wir sind dann für alle Zeit bei Jesus in der Herrlichkeit. Der Himmel wartet auf uns. Das Schönste kommt noch. In der Offenbarung bekommen wir einen kleinen Blick in den Vorhang. Wir bekommen einen kleinen Vorgeschmack. Meine Frau und ich waren im Februar in Australien. Freunde haben uns eingeladen. In der Vorbereitung haben sie uns ein paar Internetseiten geschickt und uns gezeigt, wohin sie mit uns fahren wollen und was sie uns dort in dem Land zeigen werden. Als wir die Bilder sahen, stieg in uns die Vorfreude auf. Als wir dort waren, stellten wir fest, Bilder können diese schönen Landstriche gar nicht erfassen. Es war in der Realität so viel schöner, als was wir vorher gesehen hatten im Internet. Wir leben immer noch von den Eindrücken und den tollen Zeiten, die wir dort erlebt haben. Weißt du was? Der Himmel ist so viel schöner. Alles, was die Bibel uns über die Zukunft und die Herrlichkeit bei Gott erzählt, ist nur ein kleiner Blick hinter diesen Vorhang. Deshalb ist das Buch Sacharja nicht nur eine Ermutigung für das Volk Israel damals, sondern auch für dich und für mich heute. In Sacharja 14 Vers 9 lesen wir, Und der Herr wird König sein über alle Lande. Und an jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das ist ein Wort für das tausendjährige Reich, aber ganz sicher auch eine Verheißung für den Himmel. Wenn du keine Perspektive mehr für die Zukunft hast, dann lies in der Bibel nach, was Gott über den Himmel uns zu sagen hat. Wenn du nicht mehr weißt, worauf du dich in der Zukunft freuen sollst, dann schau, was Gott dir verspricht, wenn du in den Himmel kommst. Der Himmel ist das, worauf Christen sich freuen dürfen. Ich durfte bei der Beerdigung von Billy Graham dabei sein. Sein Sohn Franklin Graham hielt die Predigt und er sagte, Mein Vater hat immer gesagt, an dem Tag, an dem man sagen wird, Billy Graham ist tot, glaubt ihnen kein Wort, denn an dem Tag bin ich lebendiger als je zuvor. Ich habe lediglich die Adresse gewechselt. Als der Vater von Corrie ten Boom von der Gestapo abgeführt wurde und mit ihm die ganze Familie ins Konzentrationslager geführt wurde, mit der Ausnahme von Corrie, sagte er immer und immer wieder zu seinen Kindern, nun kommt das Beste, nun kommt das Beste. Und das Beste kam. Nur wenige Zeit später ging die ganze Familie ins ewige Leben, weil sie umgebracht wurden und durften erleben, was Zachariah seinem Volk verspricht. Das Schönste kommt noch.